Obwohl Rihanna ein Weltstar ist, Millionen am Konto hat, bleibt sie extrem bodenständig und hat absolut keine Berührungsängste mit ihren Fans. Das zeigt die 29-Jährige auch am Dienstag in Los Angeles. Im Fenty X Puma Pop-up Store stellt sie sich kurzerhand für einen Tag hinter die Kasse. Der Ansturm auf das Bekleidungsgeschäft ist riesig. Wer will denn nicht von Rihanna höchstpersönlich bedient werden? Außerdem kann man an diesem Tag endlich die heißbegehrte zweite Kollektion von Rihanna für Puma erstehen. Das lassen sich hunderte Fans nicht entgehen. Zu ihrem Glück ist die Sängerin aus Barbados in bester Laune. Ein nicht unwesentlicher Grund für die gute Stimmung dürfte das Glas Champagner in Riris Hand sein.